Ich stelle Ihnen heute das Projekt WMS2GO vor, unter dem Titel der WMS zum Mitnehmen. Ich werde meinen Vortrag mit einer kleinen Einleitung anfangen und dann konkret darauf eingehen, was ist eigentlich WMS2GO, was kann man damit machen, warum sollte man es benutzen, warum kann man es benutzen. Ich gehe dann im Detail auf die genutzten...